Spiele der Götter. In Spielen vor allem jenen, die die Menschheit begleiten, seit vielen Jahrhunderten, manchmal Jahrtausenden, wird meist eine sehr tiefe Symbolik offenbar. Heute möchte ich euch das Schicksalsrat, Glücksrat und letztendlich auch das Roulette vorstellen. Nun, grundsätzlich erkennt der Mensch natürlich diesen permanenten Wandel. Wir erkennen den Wandel der Jahreszeiten zum Beispiel in unseren Breiten, also eine gewisse Rhythmik. Und schauen wir an den Himmel, dann sehen wir, wie der Himmel sich offenbar geozentrisch betrachtet, bewegt und dreht. Und so kommt es zur Drehung und Bewegung der Tierkreiszeichen und einer immerwährenden Veränderung auch von Zeitqualitäten. Manche Zeitqualitäten, manche Zeitqualitäten unterstützen dich und tragen dich. Andere Zeitqualitäten wiederum scheinen dir und deinem Wesen entgegenzuarbeiten. Deswegen hat sich schon sehr früh die Sterndeutung, also die Astronomie und natürlich auch die Astrologie entwickelt. Aus dieser Beobachtung des Wandels der Jahreszeiten und des Auf- und Untergangs der Gestirne der Drehung des Rades des Himmels hat sich dann fast weltweit, können wir sagen, die Vorstellung des Schicksalsrades entwickelt. Also etwas, was sich immerwährend dreht, was dich nach oben befördert und wieder nach unten befördert. In Indien zum Beispiel hat sich daraus letztendlich auch das Rad des Dharma entwickelt. Also die Vorstellung der immer wiederkehrenden Geburten und Todesfälle. Sozusagen das ewige Leben durch eine immer wiederkehrende Reinkarnationen mit hoffentlich verbesserten Lebensbedingungen, wenn du dich auch gut benimmst und ein gutes Karma aufbaust. Aber diese Vorstellung, die war auch in anderen Kulturen da. Wir kennen zum Beispiel die drei Weberinnen oder Spinnerinnen. Die eine spinnt den Lebensfaden, die andere teilt ihn zu, die dritte schneidet ihn ab. Auch hier haben wir die Drehung und Bewegung des Rades mit dabei. Eine scheinbare Zufälligkeit. Und dennoch handelt es sich letztendlich um Schicksalsgöttinnen, die das Schicksal zuweisen. Und so waren die drei Nornen zum Beispiel den Göttern noch übergeordnet. Ähnlich die drei Parzen oder Meuren auch. Sie standen sogar über dem Schicksal der Götter. Eine dieser bekanntesten Schicksalsgöttinnen, wenn man so will, ist natürlich Fortuna selbst. Also das Glück. Sie weist den Menschen mit ihrem Glücksrat und manchmal auch dargestellt mit dem Füllhorn ihr Schicksal zu. In der Terrorkarte schließe ich, denn des Glücks kommt genau dies zum Ausdruck. Man zieht wie zufällig eine Karte und wir sehen, aha, hier habe ich ein Schicksal zu erwarten. Eine Schicksalszuweisung. Und das ist jetzt schon eine interessante Ambivalenz, die auch später im Glücksspiel sehr, sehr stark immer wieder in der Psychologie präsent sein wird. Ist es Schicksal oder ist es einfach Zufall? Und diese Ambivalenz hat den Menschen schon immer sehr, sehr tief beschäftigt eigentlich auch. Ja, aus diesem Schicksalsrat wird dann auf einer sehr profanen Ebene letztendlich das Glücksrat, wie wir es auf Jahrmärkten etc. kennen, bis hin zur Fernsehsendung Glücksrat, die auch wirklich fast weltweit in verschiedenen Variationen ausgestrahlt wurde. Ich glaube, seit den 1980er Jahren bis in die 2000er Jahre hinein. Also etwas, was den Menschen wohl zutiefst irgendwie triggert. Sonst hätte eine solche Serie, so eine Show auch nicht so einen großen Erfolg. Und die Leute würden sie über 20 Jahre und mehr anschauen. Also dieses Empfinden von Glück, dieses jetzt habe ich Glück gehabt, jetzt wurde ich von Fortuna beschenkt. Und aus diesem Glücksrat, was manche behaupten bis zurück auch zu den Römern und weiter verfolgt war, ist man hat gesagt, man hätte damals auch an den Speichen des Rades eines Wagens Markierungen festgemacht und das Rad gedreht, um das zu simulieren. Auch römische Ligionäre hätten das schon gemacht, hat sich letztendlich dann aus dem Rad das kleine Rädchen entwickelt. Und Rädchen heißt auf Französisch Roulette. Ja, Roulette wurde zumindest maßgeblich beeinflusst durch einen Mathematiker im 17. Jahrhundert. Das war Blaise Pascal. Und sehr schnell entwickelte sich dieses Roulette, dieses Glücksrad am Tisch. Viral würde man heute sagen. Dieses Glücksspiel verbreitete sich und die französischen Könige versuchten sehr, sehr lange das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Bis im 19. Jahrhundert tatsächlich in Frankreich das Roulette verboten wurde. Und als diese Spielbanken, würde man heute sagen, verboten wurden, wichen sie aus. Und zwar in die deutschen Fürstentümer. Deutschland war damals zersplittet und die nahmen das gerne auf. Und so bildeten sich in Bad Homburg, in Wiesbaden, in Baden-Baden so die ersten Spielbanken. Und das ging eine Weile lang gut, bis 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde. Und ein Jahr später wurde bereits das Roulette verboten und alle Spielbanken in Deutschland geschlossen. Was wiederum dazu führte, dass die Spielbanken zum Beispiel nach Monte Carlo abwanderten. Es ist sehr interessant und ich komme da nachher gleich nochmal drauf, dass ausgerechnet 1933 einer mit der ersten Akte der Nationalsozialisten, es war die Spielbanken wieder zu erlauben und sie wieder zu eröffnen. Es heißt sogar, Adolf Hitler selbst hätte sich dafür eingesetzt, das Roulette wieder zur allgemeinen Verfügung zu stellen. Aber bevor ich auf das Roulette im Spezifischen eingehe, erlaubt mir einen kurzen Exkurs. Ihr werdet dann gleich verstehen, warum. Ich möchte etwas über die Zahlensymbolik der Zahl 6 sagen. Nun, wenn wir uns alleine schon einmal die 6 in ihrer Grafik anschauen, also die sogenannte arabische Zahl, die ja eigentlich aus Indien kam, aber von Indien über die Araber letztendlich dann zu uns kam. Diese 6, dann können wir alle arabischen Zahlen eigentlich in drei Sphären aufteilen, in drei Grundlinien. Die unterste steht für das physische, für unsere Objektwelt. Die mittlere Ebene für die Welt des Ätherischen, für die Welt der feinstofflichen Kräfte und die oberste für die geistige Welt oder Paradieswelt. Und jede Zahl arbeitet nun mit diesen drei Welten. Die 6 wurzelt sozusagen im Geistigen oben, aber sie trägt Frucht, sozusagen der Kreis, die Kugel, man könnte auch sagen der Apfel, der dranhängt, wird im Physischen getragen. Das heißt, die 6 zieht aus dem Geistigen heraus ins Physische. Interessanterweise haben wir das ja auch in dem Gleichklang der Zahl 6 und dem Sex, also der Sexualität. Auch hier wird aus dem Geistigen ins Physische gezogen, was selbstverständlich natürlich dann zur Inkarnation, also zur Geburt führt. Die 6 ist also eine Zahl, die das Geistige mit dem Physischen verbindet. Und in der Offenbarung des Johannes tritt das sehr, sehr offenbar hervor, in dieser Offenbarung. Dort wird nämlich die Zahl des Tieres genannt. Und die Zahl des Tieres ist dreimal die 6, also 666. Das meint, hier ist auf allen drei Ebenen, auf allen Bewusstseinsebenen, der Geist mit der Materie verbunden und der Mensch ist kein erleuchtetes Wesen, mehr, sondern sozusagen nur noch Instinkt getrieben. Und damit ist er dem Tier gleich. Deswegen die Zahl des Tieres, 666, auf allen drei Ebenen. Ja, schauen wir uns das Roulette an. Zum einen ist es so, dass im Roulette zwei Farben gibt, nämlich schwarz und rot. Interessant schon einmal, denn im Schach zum Beispiel oder auch im Brettspielmühle, das ebenfalls eine tiefe Symbolik besitzt, haben wir als zwei Farben schwarz und weiß, die Licht und die Dunkelheit, also zwei polare Kräfte. Hier haben wir schwarz und rot. Und diese beiden Farben wurden im Christlichen zum Beispiel sehr stark dem Teufel zugeordnet. In der Antike war es noch Pluto, der mit diesen Kräften verbunden wird. Und diese Verbindung, diese symbolische Verbindung zunächst mal mit dem Plutonischen, also jenen Kräften, zu denen wir mit der Ratio keinen Zugang haben, sondern die tief, tief aus uns heraus unsere Machtinstinkte fördern, aber auch unsere tiefen Ängste letztendlich fördern, wird von Pluto dann übertragen auf den Teufel. Also ebenfalls ein Tier, wenn man so will, er wird ja auch mit Hörnern dargestellt und bocksbeinig und so weiter. Also die Zahl des Tieres, jene Kraft, die sozusagen wiederum den Menschen ganz mit der Materie, mit den Trieben, dem positiven Trieben sozusagen, in dem Sinn, dass es sozusagen ihm Glück verschafft, ihm Macht verschafft einerseits, aber auch den angstgetriebenen Trieben. Und zwischen diesen beiden Polaritäten nun arbeitet auch das Roulette mit den Farben Schwarz und Rot, mit den Ängsten Schwarz, aber auch der Triebhaftigkeit letztendlich der Farbe Rot. Es sind also beides Farben, nicht Licht und Schatten, wie im Mühlespiel, sondern es sind beides Kräfte, die zutiefst sozusagen mit unserem Unbewussten verbunden sind. Und tatsächlich ist es ja so, dass es beim Roulette überhaupt nicht um Strategien geht. Es gibt zwar immer wieder Spieler und Mathematiker, die todsichere Spielsysteme entwickeln, aber das Roulette ist eben letztendlich ein Zufallserscheinung oder eben Schicksal. Also, wenn du beim Roulette gewinnst, ist das Zufall oder folgst du einer Glückssträhne, wie dann der Spieler sagt. Ja, jetzt nur nicht aufhören, denn ich habe eine Glückssträhne. Das Schicksal hat mir jetzt Glück zu gewinnen. Ja, schauen wir uns den Teppich an sozusagen, auf dem das Roulette gespielt wird. Dann haben wir hier 36 Zahlen, üblicherweise. Es gibt ein paar Variationen des Roulettes, aber ich nehme jetzt mal so die üblichste. Das sind 36 Felder. 36, 6 mal 6 Felder. Und da haben wir wieder die Symbolik der Zahl 6. Aber die zieht sich noch viel weiter durch die Symbolik des Roulettes. Nämlich, jede Zahlenreihe, letztendlich, ergibt in ihrer Quersumme wieder die Zahl 6. Also, die erste Reihe, zum Beispiel 1 plus 2 plus 3 ist 6. Nehmen wir als Beispiel die dritte Zahlenreihe. 7 und 8 und 9 ist 24, 2 und 4 ist 6. Nehmen wir eine der mittleren Zahlenreihen. 16 plus 17 plus 18 ist 51. 5 plus 1 ist 6. Nehmen wir die dritte Zahlenreihe von unten als Beispiel. 28 plus 29 plus 30 gibt 87. 8 plus 7 ist 15. 5 plus 1 ist 6. Jede der Zahlenreihen ergibt in ihrer Quersumme 6. Also, die 6 ist zutiefst mit dem Aufbau des Roulettes verbunden. Es zieht tatsächlich das Bewusstsein in die Körperlichkeit, in die Stofflichkeit hinein. Und damit letztendlich schaltet es die Ratio eigentlich auch aus. Es geht, alles ist so aufgebaut, dass du es eigentlich nicht rational erfassen kannst. Und wenn wir jetzt alle Zahlen zusammenrechnen, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 und so weiter, dann erhalten wir die Zahl 666. 6, 6, 6. Die Zahl des Tieres. Also, wir haben schwarz und rot. Wir haben 666. Jede Zahlenreihe ergibt 6. 36 Felder ist gleich 6 mal 6. Das heißt, auf allen Ebenen ist dieses Spiel symbolisch so aufgebaut, dass es sozusagen den Geist in die Materie hinein bindet, letztendlich. Nun, ich komme noch einmal zurück zur Geschichte des Roulette. Wie gesagt, im Kaiserreich, im Deutschen, war Roulette verboten worden. Die Spielbanken waren aufgelöst worden. Und ausgerechnet 1933 gehört es mit zu den ersten Handlungen, dass Adolf Hitler persönlich sich dafür einsetzt, dass die Spielbanken wieder eröffnet werden. Und das im Jahr 1933. Drei und drei bis sechs. Ich sage jetzt nicht, ihr kennt mich, die bei mir schon auf Seminaren waren, dass das alles ein durchdachtes Spiel ist, der Illuminaten oder so etwas, sondern vielmehr, dass unseren Spielen eine tiefe Symbolik zugrunde liegt, die auch auf Synchronicität beruht. Zum Teil natürlich auch auf dem Wissen, auf der wissentlichen Einbau von Symbolen. Es ist nicht so zufällig, rot und schwarz zu wählen. Ja, man hätte ja auch, was weiß ich, grün und violett wählen können. Aber ich glaube nicht, dass das so bis ins Letzte in dem Fall so durchdacht ist von irgendwelchen Herrschergruppen. Dennoch, das Glücksrad ist etwas und das Rad des Schicksals ist etwas, was uns zutiefst wegbringt von der Ratio. Es ist eben kein Verstandes, reines Verstandesspiel wie das Schach, was überhaupt keine Glücksebene besitzt, sondern eine reine Verstandesebene besitzt. Hier jetzt zum reinen Glücksspiel. Wir haben hier also wirklich enorme Polaritäten und selbst hier ist der Mensch hin und her gerissen zwischen der Zufälligkeit und dem Fatum, dem Schicksal, das ihm die Fortuna letztendlich gewährt. Und ja, das Schicksalsrad, das Roulette, ein Glücksspiel, was zutiefst unsere unbewussten Ebenen anspricht und unsere Triebe triggert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020